Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Alles das Sprichwort sagt, eigenes Dach gibt Not. Sie wohnen im deutschsprachigen Umgebung und ohne Zweifel will jeder Ehepaar solches Ereignis wie die Geburt der Kinder im gewöhnlichen Umgebung haben. Erstens, in der Ukraine, die Leihmutterschaft ist vollständig legalisiert und hat ehrgünstige Preise. Zweitens, im Österreich, die hohes Niveau der Geburt- und Perinatalhilfe, die erfolgreich mit Familien- und Zivilengesetzbuch zusammenpasst. Es erlaubt für ihnen, das Kind zur Welt zu bringen, die Geburtsurkunde zu erhalten und in Zukunft vereinfachte oder Stiefkindadoption oder alleinige Vaterschaft durchzugehen. Folgen Sie bitte meinen Gedanken und werden Sie wissen, wie es funktioniert. Wir stellen die Programme mit der Leihmutter in Garantie der Bedienungen in der Ukraine. Es fängt aus der medizinischen Untersuchung an und war alles in Ordnung mit ihrer Erbsubstanz. Sie werden den Vertrag mit der Leihmutter abzuschließen und den Vertrag mit der Klinik auch abzuschließen. Dann wird fortfahren mit dem Garantieprogramm, bis der Schwangerschaft wird erreichern. Alle diese Schritte lassen Ihre Rechtsverpflichtung zwischen Ihnen und der Skokumenreproduktiongruppe, zwischen Ihnen und der Leihmutter zu schützen. Letzter Schritt, wir machen im Österreich streng nach österreichischem Gesetz. Es ist die Geburt des Kindes und Legalisierung des Kindes. Ein paar vereinfachte Stiefkindadoption oder alleinige Vaterschaft entsprechen Ihrem Paket und Ihrer Familiensituation. Auf diese Weise unsere Programme mit der Leihmutterschaft und der Geburt des Kindes im Österreich ist die beste Entscheidung für Ihnen, damit Sie erreichen, diese lang erwartete Träume. Ich wünsche Ihnen den besten reproduktiven Erfolg. Ich wünsche Ihnen den besten, dass Sie in der Leihmutter abzuschließen. Ich wünsche Ihnen den besten, dass Sie in der Leihmutter abzuschließen.